was geht sein nein fußball hallo liebe fußballfreunde willkommen auf wellness fußballecke ja heute habe ich ein neues fifa 22 quiz für euch und zwar ich zeige euch jeweils eine spielerkarte mit den spielerwerten jedes spielers dazu halt dann nochmal den verein hin und wieder auch mal schick 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 gute Besserung könnte Modric nee Alaba könnte Alaba sein er wollte Alaba Alaba Lantaro in Lantaro 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 jawoll Barthom das sind ah der Stegen ist der Stegen ja der Stegen äh Reus könnte das sein oder könnte Reus sein na John Bambi Saka oh Benso Green Case oh arnold oder mann oder mann ja mann neymar neymar oder mbp neymar oder messi sony mann oder wie das war so gelaufen leichter und abo